Willkommen in der World of ApeCraft! Unser Held schaffte es mit Hilfe eines Unsichtbarkeitstranks vor dem finsteren Schurken zu flüchten. Nun steht er einer mysteriösen Person gegenüber. Wie ich sehe bist du neu in der World of ApeCraft und ich, Handelsmann James, hab natürlich für Neulinge ein Sonderangebot. Na dann lass mal hören! Du scheinst zu Fuß unterwegs zu sein, wer macht denn heutzutage noch sowas? Naja, wie dem auch sei, ich habe natürlich ein exklusives Angebot für dich. Das habe ich noch niemandem verkauft. Quacky, was meinst du dazu? Ich kenn den, der bescheißt hier alle in der World of ApeCraft. Lass uns von dem Geld lieber Drogen kaufen. Nee, wir wollen nix. Nun gut. Wie wäre es denn dann mit meinem Spezialangebot? Es ist das ultimative Schreckensschlachtrost. Neueste Gnomentechnologie und mit diesen Schatten auf den Augen ist es schneller als jedes andere Schlachtrost. Was? Technologie von meinen Gnomenfreunden? Wir sind im Geschäft! James, du bist einfach ein Genie. Da muss ich mir glatt selbst auf die Schulter klopfen. Gut, Quacky, wir sind zwar schnell, aber wo wollen wir überhaupt hin? Boah, jetzt mal ehrlich, du kannst gar nix. Was soll das denn jetzt, Quacky? Den Piraten von vorhin konntest du nicht besiegen. Du weißt nicht, wo es lang geht. Du weißt nix und kannst nix. Ja, und was schlägst du vor? Ja, ich kenne da so einen Kriegerlehrer. Der ist aber ein bisschen merkwürdig. Deshalb versteckt er sich hinter einer Hütte beim Förstellager. Und zu dem gehen wir jetzt. Alles klar, wir setzen die Segel. Bist du der Kriegerlehrer? Hi, na, alles klar bei dir? Sag mal, kann ich bei dir was lernen? Ah, ich sehe, du hast Interesse an den harten und schmutzigen Sachen. Zum Beispiel der Analhieb. Analhieb? Bei Bronzebad, was ist das? Der Analhieb ist eine mächtige Attacke, die man von hinten ausführen muss. Wenn du verstehst, was ich meine. Ähm, na gut, bring ihn mir bei. Okay, viel Spaß noch. Alter, ich glaube, wir sind jetzt sau stark, Mann. Nach meinen Analysen, Analysen, sind wir jetzt Megamann. Los, lass trainieren gehen. Auf geht's. Viel Glück, süßer Zwerg. Hier müsste ich eigentlich richtig sein. Porzulitz, was ist das denn? Wie wird sich unser Held aus dieser mistlichen Lage befreien? Wird ihm der Analhieb helfen? Dies und alles andere werdet ihr erfahren, wenn es wieder heißt World of Apecraft. Dramatisch. Fab Dr. Was. Untertitelung des ZDF, 2020